Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Shazam 2 Fury of the Gods. In diesem Teil müssen sich Billy und unsere Freunde sich mit den Titantöchtern herumschlagen. Und zwar mit Antea, gespielt von Rachel Ziegler, die man zum Beispiel aus der West Side Story kennt. Dann Hispera, gespielt von Helen Mirren, die man aus ihren Red Filmen kennt. Dann Kalypso, gespielt von Lucy Liu, die man aus den Kill Bill Filmen kennt. Ja, und diese drei haben nichts anderes vor, als die Kräfte, die Billy und so verliehen bekommen haben, wieder zurückzunehmen. Also, was machen sie? Sie suchen den kaputten Stab von dem ersten Teil und versuchen den Stab wieder ganz zu bekommen. Und wie machen sie das? Sie tun den Zauberer dazu zwingen, den Stab wieder mit neuer Kraft zu versorgen und ihn wieder zu einem Stück zusammenzuschmieden, in Anführungsstrichen. Was denen dann auch gelingt. Und sie haben vor, Billy und seinen Freunden die Kräfte zu entziehen, um dann halt wieder gottähnliche Macht zu erreichen. Was machen sie? Anthea wird auf die Schule der Jungs und Mädels geschickt, um sich dann mit Grazer anzufreunden. Was auch sehr schnell gelingt. Sie verdreht ihn auch so ein bisschen den Kopf, was aber keiner merkt, was eigentlich ihre eigentliche Mission ist. Denn Grazer ist auch der Erste, den man halt von der Gruppe versucht ein bisschen zu separieren. Auf jeden Fall gibt es ordentlich Action in dem Film, muss man sagen. Denn sie müssen wirklich mit allen ihren zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, die ganze Stadt von dem ganzen Chaos, den die Titantöchtern anrichten, zu bewahren. Und ja, sie haben sie ja auch nicht einen gerade sehr heldenhaften Ruf. Denn viele ihrer Aktionen, die sie machen, um Menschen zu retten, gelingen eigentlich eher weniger gut. Und deswegen ist ihr Ruf immer recht zweifelhaft. Aber sie versuchen mit allen ihren zur Verfügung stehenden Kräften, die Stadt vor größeren Schaden zu bewahren. Ja, soviel zur Story. Also ich muss sagen, im Gegensatz zu Teil 1 haben sie in Teil 2 auf jeden Fall noch mal einiges draufgelegt. Was Action angeht, was Humor angeht. Und auch so ein bisschen die Charaktere kriegen da noch mal so ein bisschen mehr Feinschliff, finde ich. Was den ganzen Film sehr gut tut. Denn die Töchter, also die Titantöchtern, die sind schon nicht nur krass besetzt, sondern die machen auch ordentlich Action, muss man sagen. Also die lassen da wirklich keinen Stein auf den anderen. Die meinen es wirklich ernst. Wie sieht das denn aus, wenn man gegen Superhelden kämpft, die äußerlich erwachsen, aber innerlich doch wie Kinder sind. Und das führt dann auch zu den einen oder anderen lustigen Momenten, muss man sagen. Also der Humor von Teil 1 ist in Teil 2 auf jeden Fall auch mit rübergekommen. Was den Film manchmal auch zu sehr aufheiternden Momenten halt bringt. Von daher, also ich muss sagen, mir gefällt Teil 2 auf jeden Fall besser als Teil 1. Was man so sagen muss, von der CGI her, alles was so Charaktere und sowas angeht und was so Figuren angeht, da gefiel mir die CGI recht gut, muss ich sagen. Aber alles wieder was so Umgebung angeht und sowas, ja, da war die CGI nicht ganz so hundertprozentig, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen was drauflegen können. Ja, ich bin auch mal gespannt, was der Film in Anführungsstrichen wert ist, wenn jetzt bei DC alles nach dem Flash-Film, so wie es aktuell aussieht, alles so ein bisschen soft rebooted wird. Da bin ich echt mal gespannt, was dann mit den Schauspielern, mit dem Cast, was dann mit der Story und alles, wo das dann alles hinführt. Denn DC hat momentan echt ein Problem. Und da muss man echt mal schauen, wie das alles irgendwie sich weiterentwickelt. Ob es einen Shazam 3 mit dem Cast gibt, ob es überhaupt einen Shazam 3 gibt. Also da sind momentan auch alle möglichen Richtungen offen. Also ich muss sagen, der Cast gefällt mir ganz gut, sowohl von den Guten als auch von den Bösen, muss ich sagen. Da hat man wirklich echt interessante Leute rangeholt, wo man sagen muss, ja, mit denen kann man dieses Franchise eigentlich noch weiter betreiben. Sowohl die Kinderdarsteller als auch, beziehungsweise Teenie-Darsteller, als auch die erwachseneren Darstellern. Da muss man sagen, ja, passt, gefällt mir. Und wenn es einen dritten Shazam-Teil irgendwie geben soll, dann ist die Frage, wie? Wie wird das jetzt mit diesem neuen DC, in Anführungsstrichen, Universe, gemacht werden? Ja, das ist noch eine Sache, was uns die Zeit zeigen muss. Was James Gunn und so weiter dann dort vorhaben mit dem DC Universe und mit Shazam. Deswegen, also man sollte den Film jetzt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, separat vielleicht sehen, weil ich weiß nicht, ob Shazam irgendeine Rolle in den The Flash-Film spielt. Von daher muss man, sehe ich den Film jetzt erstmal so ein bisschen als separaten Film. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content-Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, Shazam Fury of the Gods setzt auf jeden Fall nochmal eine Stufe drauf. Was Humor angeht, was Action angeht, was Charaktere angeht. Also da haben sie auf jeden Fall nochmal eine Stufe drauf gesetzt. Die CGI ist in den meisten Fällen gut. Gerade so was zu Figuren angeht. Aber was so ein bisschen so die, sage ich jetzt mal, Außensachen angeht. Also Bäume etc. Boden und sowas alles. Das ist teilweise nicht ganz so gut gelungen. Aber nichtsdestotrotz muss eine Bewertung her. Und ich gebe Shazam eher vier als drei Totenköpfe. Weil der Film doch nochmal eine Weiterentwicklung zu Teil 1 ist und der Film echt nicht schlecht ist. Das muss man sagen. Der Film ist echt nicht schlecht. Man kann mit dem Film echt gut Spaß haben. Genauso wie die Schauspieler. Gerade so jemanden, dass jemand wie Lucy Liu in so einem Film vorkommt. Fand ich schon sehr interessant. Und ich muss sagen, Lucy Liu ist bis heute eine sehr gute Schauspielerin. Das war es zu dem Film Shazam Fury of the Gods. Wenn euch gefällt, was ich mache, klickt auf Abonnieren, gebt mir ein Like und schaut in der Videobeschreibung nach. Da habe ich ein paar interessante Links, die vielleicht den einen oder anderen für euch interessant sein können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.